so gleich mal einen zum pilz heranschaft schicken ich habe einen ratten menschen gleich mal fürs erste squad ja ja so viel zu tun so wenig zeit runen das sieht jetzt schon mal ziemlich voll aus ok mino tauchen sind freischaltbar schalten wir erstmal wie man den speer frei dafür brauchen wir eine werkstatt ich werde erst mal den übungsraum gerne haben daneben könnten wir so ein ding bauen das würde ich allerdings nicht hier will ich nicht ich würde gern das hier und das hier besitzen und dann würde ich gerne ein paar neue truppen ausheben damit wir materialien besorgen gehen können und etwas gold mal sehen materialien werden hier 75 aber das ist mir zu heftig für das erste was da vielleicht nachher die trainings halle rein also erstmal wie ich natürlich hier den baumeister freischalten den kecher nachher gleich freischalten wenn ich den ersten überfall erfolgreich abgeschlossen habe so gucken wir uns während dessen mal die umgebung an hier liegt zeug im weg was auch immer das bringen soll da einmal durch den gang durch zu graben hier ist das schatztruhe da können das war arminions whisper aber okay so einmal das bitte dass die räume billig werden dann können wir die trainings halle im übungsraum gleich bauen der passt da auch nicht hin da oben da passt da aber hin hey das passt gut das passt sehr gut finde ich okay so wir haben noch einen punkt was könnte ich damit machen zwei mehr arbeiter nein habe ich schon lieber wird lieber die werkstatt freischalten und dann zwei mehr arbeiter beschwören so sehr gut so ich könnte gleich mal pizze umwandeln nochmal pizze umwandeln dann könnte ich schon mal den extraktor bauen der ist jetzt ganz klein klein und fein würde ich das fast schon sagen will ich mich da schon ja kommen da kann ich mich schon reingraben könnte dann den extraktor hier nicht hin pflanzen aber dafür dahin pflanzen so ihr geht erstmal trainieren obwohl skelette und ein paar skelette verkloppen dürften wir auch mit bahn und dem ich kann es drauf hinkriegen ja sehr schön so als nächstes schnelle auffassungsgabe das hier unten alles etwas billiger wird vor allem der monster bau und das arcanum das arcanum hätte ich nämlich wirklich sehr gerne so wir haben schon mal die erste glock zutat ich denke mal als nächstes überfall ich eine goldkarawane und dann die mal dann die maskottchen sobald ich den zweiten habe ich verluste und ich habe nicht genug materialien tja blöd aber na gut dann holen wir uns erstmal materialien den können wir weg blitzen so meine trocken dürfte ja stark genug sein um einen einzelnen level 1 krieger weg zu moschen so sehr gut kriegen wir materialien und auch langsam die punkte für den priester sehr sehr schön kurz überlegen ich denke mal als nächstes will ich mich zu den rache geistern rein graben ob das so eine gute idee ist extraktor habe ich jedenfalls schon mal viele andere räume hätte ich nicht ich hätte noch die hier unten aber ob ich mich durch das lager da graben will oder ob ich mich einfach mal außen rum grabe ok den rest finden wir alles draußen so gibt mir erstmal einen neuen speer dann holen wir uns nämlich erst einmal das maskottchen so du gehst da drüben trainieren habe ich eigentlich dran gedacht die küche jo habe ich bemannt dann trainierst du erstmal dann füttern wir die jungs dann schicken wir sie los maskottchen holen währenddessen werkstatt die werkstatt hätte hier gut platz so vielleicht da kann ich allerdings dann nichts graben ok dann grabe ich eben hier mal hin das wir nachher wenn wir drei trupps haben mal einen durchbruch machen können da ist mein material ding oh und wir haben schon vier punkte für den priester sehr schön ok trupp 1 heißt also jetzt mal hier hin porten und essen und dann werde ich sie erstmal gold besorgen schicken damit wir den ersten spot freischalten können er also den zweiten spot schon mal sehr nice dass hier die runen tafel voll ist also die kategorie runen alles andere ist ja noch ziemlich leer wenn man es so sieht vor allem die produkte technisch ist noch nicht viel freigeschalten so ein arbeiter und dann müsst ihr mir schütze holen die sind so gut bewacht die sind wenig gut bewacht hier sind ein paar nah dran und mir gold na wenigstens sind man es gibt es viel materialien in der nähe so dann gucken wir schon mal dass wir den zweiten trupp zusammenstellen also erstmal hole ich zwei priester noch ein berserker und dann wollte ich eigentlich noch theoretisch ein speer so so einen speer bitte extrahiert sie ich konnte ich leider nicht mehr wecken sorry dafür kriege ich schon mal euren ersten priester und ich kann hier den ersten trupp freischalten sehr schön gut schicke ich euch gleich noch mal los materialien besorgen damit wir die spielung errichten können so entschuldigung da bin ich an mein mikro gekommen ok wir schalten jetzt frei eigentlich das kann und würde ich gerne als nächstes frei schalten ja 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 das geht sogar dann weite ich mich schon mal ein bisschen aus hier sind ein paar rache geister im weg ok ich habe genug materialien für die spielung ok wie kann ich hier so errichten eigentlich obwohl ich sollte sie hier drüben errichten weil da kann ich eine zweite küche hin bauen jawoll und das mache ich am besten auch gleich mal dass ich es nicht vergesse ok und hier die spelunke so gut ich will nur noch ein punkt für sarcanum und ich glaube dann schalte ich die das volle haus frei hier auf jeden fall alles mit fallen zu pflastern so du gehst trainieren und hier solltet ihr eigentlich auch mal rüber kind trainieren das ist schon mal praktisch dass ich die direkt da nach nebenan schicken kann so kriege ich auf stufe vier neue arbeiter jawoll gleich mal holen also ich finde das gar nicht mal so schlecht dass sie das so gemacht haben mit dem arbeiter limit was steigt wenn die dungeon stufe steigt mhm akarnum und noch mehr arbeiter auch und ich wollte ja eigentlich verbesserungen freischalten und eigentlich was ich freischalten sollte wäre frieden und beute das sollte eigentlich mein nächstes wichtiges und er gibt komische dinge von sich gegenstände herstellen ja da könnte ich einen punkt machen würde ich sogar fünf punkte machen einheiten beschwören auf jeden fall so und na da ist mir das ding jetzt im weg so einheiten beschwören ratten menschen und einen von den schamanen einfach dass ich die punkte langsam kriege kostenlose einheiten stufe drei einheiten also ja ich könnte jetzt glaube ich mittlerweile die neun verschiedenen einheiten herbeirufen ein überfall gibt noch einen punkt drei räume fehlen noch mann einsatz natürlich helden extrahieren helden töten fallen also ja jetzt schicke ich mal top 1 zu einem überfall los so du trainierst noch auch und den schicke ich am besten auch mal zum training ihr werdet es wahrscheinlich in zukunft so machen dass ich einen trupp mir behalte der der für mich wache steht und die restlichen vier trupps die schicke ich mit bar nach draußen der